Kurs beibehalten und auf scan vorbereiten Dankeschön Dankeschön Es ist halt die Frage Komme ich nur über die Karte dahin Ich glaube schon New Atlantis London Ist auch die Frage Was zählt bei denen Unser Schmuckelware Er hat keinen Raumanzug an Macht mich fertig Also ich muss dann mal mich damit herum beschäftigen Wir haben hier ein Inventar Entweder ist es ein Fehler Irgendwann später Da müssen wir nochmal genauer gucken Ja noch ist unser Schiff leer Ich möchte auch meinen Helm tragen Du solltest ein paar der Schiffe sehen Die hier landen Die Besitzer scheinen zu glauben Thermoparasiten-Nester wären Eine lustige Dekorations-Idee Okay Das Ding hat schon bessere Zeiten gesehen, oder? Nö, eigentlich nicht Das ist eigentlich ein richtig geiles Schiff Die Constellation wartet in der Lose auf sie Ja Ich habe noch genügend Platz für weitere Gegenstände Das freut mich Ich suche eigentlich nur Da haben wir es nämlich So Kuh Anzüge Kriegst das hier Das hier Das lassen wir mal So Jetzt gucken wir mal Ich jetzt den Anzug ganz hier Nicht ausgerüstet Sieht das doch noch was aus Sehr gut Hey Vasco Was? Kein Barrett? Ach Indigo-Protokoll mal wieder Schiffswartungstechniker Sache Irgendwann kriegen wir alles raus Und hier ist unser neuer Captain Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen Und über den Handelsaufsichtautomaten Wirst du bei Bedarf frachtlos Zu 1000 Quiddles Mein Schiff muss repariert werden Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren Zeig mir mal was du für Schiffe im Angebot hast Ah bei dem kann man also auch Schiffe kaufen Okay Wo kann ich gleich nochmal Sachen verkaufen Wo finde ich mehr Okay Die letzten drei sind interessant Ich bin hier am Platz Ich bin hier am Platz wenn du mich brauchst Verkaufsautomaten Das Ding hier oder was Handelsaufsichtautomaten Wert 1 Kaufen Händler gehört jetzt seit 5000 Sie haben zu viel mitgenommen Und sich überladen Was ist los? Ist halt die Frage Was braucht man Was braucht man nicht Fasern würde ich mal aufheben Folgere Fläschchen Die Zeit nehmen wir uns Wir werden es schön verkaufen Heilpasta Eine Medizin hier selber Zur Behandlung von Verbrennung Die heben wir uns auf Verbesserte Wiesstandswichtigkeit Und Schmerztoleranz Heben wir uns auch auf Also wo überall eine Beschriftung ist Oder wo es klar ist Wie hier Kaliber 27 Verkaufen wir nicht Klebeband Bräuchte mir glaube ich Zum Kochen Also unsere Kürtritte wachsen 3820 3820 3820 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die häufig produzierte Komponente dieser Gegner kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass wir das verkaufen. Ich nehme aber an, das, was beschrieben ist, ist halt für Sachen. Wir brauchen ja dringend Platz. Kassel ist schrötflin-patronen hüllenlos. Kassel Kommen, verkaufen wir gleich mit. Jetzt sind die Sachen nämlich erstmal los. Raum für die Fasern, ja. Dingsbums hat auch noch Sachen drin, das ich weiß, aber... Dieser sinnlose Angriff auf einer Rorschungsanlage der United Colonies wird Folgen haben. Wir weisen dir die neuen Aufgaben so bald wie möglich zu. Du, Bobby, wirst deine neuen Pflegeeltern kennenler. Meine Eltern sind nicht tot. Sie fahren bloß in einem anderen Shuttle. Sie kommen nach. Oh, nun ja, das könnte schon sein. Wie, äh, wie ihr wollt. Helena Chambers, ID SSCOM1327, HCHA. Ich war die Stationsverwalterin. Ich muss dem MAST sofort Bericht erstatten. Diese Behandlung ist vollkommen inakzeptabel. Als du beim Angriff der Varun-Fanatiker auf die Station versäumt hast, die Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten, hast du jegliche Befugnis verwirkt. Danke für deine Wunschung. Wir werden dir eine neue, passendere Position zuteilen. Und, Ricardo, es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ohne dich hätte es da niemand lebend rausgeschafft. Zum Glück konnte ich mich noch an meine Flugstunden erinnern. Ist schon etwas hier gewesen. Ich hab alles über New Heartlandes gelesen. Stimmt es, dass die Net 8000 Kilometer pro Stunde schnell ist und dass die Bürger für eine Fahrt weniger zahlen? Oder dass die ganze Stadt einem zum Geburtstag gratuliert? Meiner ist am 11. Juni. Letztes Jahr sind meine Eltern mit mir nach Aquila City geflogen. Hat's gestunken. Ich denk's aber nicht. Äh, nein, ja und nein. Und ich markiere den 11. Juni in meinem Kieler. In Aquila City? Nun ja, die Luftreiniger New Atlantis sind die allerbeste. Äh, Aquila City? Hört schon auf, da leben doch bloß Volltrottel. Das ist nicht ganz fair, oder? Vor ein paar Jahren haben die Freestar Ranger mich gerettet. Spacer im Narion-System wollten mich entern. Da haben sie mir einfach so beigestanden und sogar bei Reparaturen für den Notsprung nach Hause geholfen. Feine Typen. Aber ihr müsst alle erschöpft sein. Ich muss nur noch ein paar Dinge mit der Security klären. Ein Moment. Ich habe hier etwas Wichtiges zu tun. Jetzt nicht. Ich finde die Dialoge immer so geil. Aber was ich auch geil finde, ist, dass einfach mal Flugzeuge hier landen. Also Raumschiffe landen. Jetzt hat man die Frage wo und ob man an die rankommt. Ah, ich feiere das. Jetzt haben wir das mit dem Raumanzug herausgefunden. Feiere ich da noch mehr. Kann ich helfen? Security. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Lauf, nein. Geh einfach. So schlimm kann die Sache nicht sein, oder? Aktiviert entspricht mit dem Wissenschaftler beim Baum. Äh, aber du bist nicht nur helfen. Ach, davon kannst du wohl ein Lied singen, was? Der neue Friede in der Galaxie ist so gefährlich wie nie. Spacer, Haus Varun, die Crimson Fleet. Alle wollen ein Stück vom Kuchen. Früher war alles besser. Damals schwebten wir träumend durchs Weltall. Also die Lippen-Synchro, zumindest bei der deutschen Sprache, ist... Naja. Wenn man einen Kritikpunkt bis jetzt gefunden hat, ist es das. Aber sonst die Stimmen sind mega. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mich das freut. Das kannst du laut sagen. Die Schönheit des Kosmos ist einfach überwältigend, nicht wahr? Aber so viel Potenzial, so viel Hoffnung, trotz der jüngsten Vorfälle. Riccardo Bosch. Ich war der Forschungsleiter auf der Station, die angegriffen wurde. Bis diese Irren von Haus Varun parolenbrüllend über uns herfielen, war bei uns alles ganz normal. Selbst für die Marines war es zu viel. Ich bin einfach nur froh, überlebt zu haben, so wie wir alle. Jetzt sollte ich zurück an die Arbeit. Wo ist nur diese Frau hin? Im Ernst? Hast du bis jetzt unter einem Mondfelsen gelebt, dass du diesen Arschlöchern noch nie begegnet bist? Nee, noch nie. Ach, die sind herumfliegende Abschaum, die alles attackieren und plündern, was ihnen begegnet. Sie sind schlecht organisiert und meistens leicht abzuwehren. Meistens. Die sind nicht wie die Piraten von der Crimson Fleet. Die wollen einen bloß ausrauben. Mit denen kann man reden. Spacer dagegen schießen zuerst und reden nie. Nicht was. Wer? Haus Varun. Stell dir vor, ein Haufen Kolonisten bricht zu den Sternen auf, um eine Ewigkeit später als eine Art religiöse Gemeinschaft wieder auf den Plan zu treten. Nennen sie Gruppierungen oder von mir aus auch Sekte. Sie glauben an eine himmlische Gottheit namens Große Schlange. Ein echter Albtraum, wenn du mich fragst. Hast du in der Schule nie vom Kreuzzug der Schlange gehört? Die haben sich vor rund 100 Jahren mit so gut wie jedem in den besiedelten Systemen angelegt. Schließlich kam es zu einer Art Frieden. Und dann verschwanden sie. Irgendwo da draußen müssen sie aber noch sein. Die Angreifer gehörten auf jeden Fall zu den Fanatikern. Falls du denen je begegnest, haust du ab. Verstanden? So ist es. Hab letztes Jahr eine ganze Ladung Mikroskope an die verloren. Unglaublich, oder? Heutzutage lässt sich alles verschleudern. Piraten sind nicht ohne. Bei denen geht alles zack, zack. Sie kommen per Sprung, stehlen die Fracht und sind sofort wieder weg. Wer ruhig bleibt und mit ihnen redet, der überlebt. Auch wenn er seine Ware hinterher los ist. Begegnest du ihnen auf einem Planeten, sind sie jedoch deutlich schießwürdiger. Dann ein andermal. Krass, 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 krass. Ich war noch nie in einer Schlacht. Alle meinten, ich soll die Augen nicht aufmachen. Dabei sind wir doch die ganze Zeit gerannt. Zuerst dachte ich, die Ecliptik-Söldner schießen auf uns. Aber das waren diese anderen Leute, die irgendwas mit Schlangen gebrüllt haben. Ach, Gogan. Sollte man sowas wirklich zu einem Kind sagen? Jetzt ist ja alles gut. Hoffentlich kommen meine Eltern bald nach. Weiß diese Frau überhaupt, wer ich bin? Ja, wer sind sie denn? Das können sie nicht machen. Was? Nein, äh, geh einfach. Ja, ich gehe schon. Freiliegungsroboter? Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Im Privatsektor? Da gibt's das große Geld. Oh ja. Gesundheit auf Pushen? Okay. Den ist ein Baum. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Alter, bist du wie verarscht? Kein Kopfgeld. Was ist jetzt gleich losgeballert hier, oder was? Was ist denn ein Böhrer? Welcher? Hier ist ein Baum. Hm. Anscheinend aber nicht der Baum. Okay, hier gibt's auch Versicherungen. Alles klar. Platz da. Sieht schön. Watt. Das sieht schon geil aus. Information zu New Atlantis. Müssen wir uns auch mal reinziehen. Was machst du hier? Kennst du mich jetzt auch? Du musst auf diesem Planeten keinen Helm tragen. Das weißt du schon, oder? Du. Auch nicht. Das weißt du schon. Ja, komm. Du hast nur Angst, weil du mein Gesicht nicht siehst. Kann ich irgendwo verstehen. Und weil du's bist, nehmen wir den ab. So, war das jetzt richtig? Ja. Der Bart wird in dieser Einstellung irgendwie sehr komisch dargestellt. Vielleicht auch nur so ein Manko-Punkt. Auch hier so, ne? Aber okay. Transitwagen. Bitte wähle ein Ziel aus. Mast District, Wundestrick, Geschäftsdistrict. Wir müssen Mast District. Wegen der Markierung, denk ich mal. Halt diese Lade-Dinger, ne? Das ist das einzigste auch negativ. Noch ein Tag, noch ein Kredit. Nö, der Gepär. Ob ich New Atlantis vermissen werde, wenn Tony und ich gehen? Ich glaube... Nicht. Kommt drauf an. Was soll's sein? Essen oder shoppen? Hm. Ich frag mal lieber nicht. Aber vielleicht würdest du dich auf dem Unterdeck wohlfühlen. Ich geh da selbst nicht hin. Kann ziemlich gefährlich sein. Läuft. Oh, hallo. Mir geht's klasse. Und dir so? Tito. Das höre ich gern. Ja, das Leben ist schön, was? Ich lege seit einer Weile Geld beiseite, damit mein Freund Tony und ich die besiedelten Systeme erkunden können. Wir kommen der Sache immer näher. Tony und ich wollen mehr vom Universum sehen. Ich liebe meinen Job, aber es muss im Leben doch mehr geben, als sich in New Atlantis abzurackern. Was ist mit dir? Hast du schon Abenteuer erlebt? Wow, da werd ich ganz neidisch. Eines Tages musst du mir und Tony alles darüber erzählen, ja? Sie ist befreundet, ja? Manchmal frage ich mich, ob mein Freund und ich zu viel Geld für Terra Brew ausgeben. Aber irgendwer muss es ja trinken, was? Wirklich? Na ja, du hast schon recht. Ich bin erschöpft. Ich liebe meine Arbeit, aber sie ist anstrengend. Ich könnte wirklich einen Terracino von Terra Brew brauchen. Heißt das jetzt nicht mal Cappuccino, sondern ein Terracino oder was? Ah, Cappuccino, Terra Cappuccino zu Dona Wayne. Oh Mann. Wir sehen uns. Muss ich ja noch einen Bringdienst spielen oder was? Oh, oh, oh. Ah, das sind so die kleinen Nebenmissionen. Das Wasser ist ästhetisch recht ansprechend. Sagt jedenfalls Barrett. New Atlantis bezieht seinen Strom größtenteils aus moderner Hydro-Elektrik. Must du switchen? Oh, der. Wir müssen sie nur überzeugen, dass Präsidentin Abellio nicht wie ihre Vorgänger ist. Dass die UC nicht mehr feindselig sind. Muss Radcliffe überhaupt involviert werden? Das ist das Wetter heute, oder? Resident Abellio will die Beziehung in Föder nicht verschlechtern. Denk mit. Tschüss. Wir sorgen dafür, dass sie es erfährt. Gut, dann sehen wir uns um 11.30 Uhr. Wir sind doch die Penetranten, die sich einfach zu Gesprächen... Chefs-Lomat Yassin hat das Amt für interstellare Angelegenheiten fest im Griff. Was? Wir sind doch die Penetranten, Leute, die sich einfach zu Gesprächen stellen. Jetzt kommst du an, oder was? Meine Arbeit beim Amt für interstellare Angelegenheiten ist mein Traumjob. Ah, schön, das freut mich. Ob wir das wieder in der Nähe ist, als das, na... Ja, ich arbeite beim MAST, im Amt für interstellare Angelegenheiten. Ich bin eine Art Vermittlerin zwischen den UC und dem Collective. Ich helfe bei der Lösung von Kommunikationsproblemen, zeige Gastdiplomaten die Stadt und so. Das klingt für dich bestimmt nicht sehr spannend, aber mir macht es wirklich Spaß. Ich wollte schon als Kind Diplomatin werden. Deswegen hängst du dich in fremde Gespräche. Nein, ich bin aus Neon. Hab seit ein paar Monaten einen Job am Amt für interstellare Angelegenheiten. Neon ist doch die Cyberpunk-Stadt, ne? Auf die freu ich mich auch schon. Danke, bis bald mal vielleicht. Ja, tschüss. War zwar noch nicht fertig, aber okay. Nein, ich... Ja, 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 komm. Das ist eine Abteilung des MAST. Wir kümmern uns um die Beziehungen zwischen den UC und dem Collective. Wir müssen unter anderem dafür sorgen, dass der Sperrvertrag eingehalten wird. Niemand will noch einen Krieg. Ich liebe es. Ich finde, New Atlanta ist der schönste Ort in den ganzen besiedelten Systemen. Hier in der Stadt gibt es unheimlich viele Bäume. Oh, weah, ja. Oh, weah, ja. Oh, weah, ja. Tschüss. Also, das war ein anstrengender MBC. Gut, hier ist noch ein Baum. Also, ich will gar nicht wissen, wie lange man sich hier aufhalten kann, bis man das alles durch hat. Ja, das ist aber kein Grund, hier über das Beet zu latschen. Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Ja, wollen wir ja sehen. Ich wurde ja reingeschmissen in die Constellation. Ich war Miner, aber, Alter. Ich kenne sowas hier gar nicht. Willst du mich scannen? Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten das zu schätzen. Oh, kriegst du dann auch so eine coole Uniform? Ich hatte leider auch mal hinter mir, du. Da wären wir. Die Lose. Die Tür sollte sich öffnen, wenn sie die Uhr daran halten. Die Barrett ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie warten drinnen auf uns. Die Uhr macht alles auf, alles klar. Warum haben wir jetzt fallen in deinen nackten Arm? Hm. Weiß auch keiner, ne? Die Tür soll sich öffnen, wenn sie einen Moment haben. Untertitelung des ZDF, 2020